Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ach Gott. Wer hier drin konnte zu irgendwas. Man sollte... Ja, rede. Man sollte lieber mal schauen, was hier sonst alles verletzt wird, außer irgendwelche komischen Bürgerrechte, die anscheinend alles hier mit hochgejagt hat. Drehen, drehen, drehen. Was machst du, Musik? Was machst du? Hör auf, gruselig zu sein. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ja, diesmal. Nicht mit mir. Oh nein. Okay. Blau ist also... Gut. Solange nichts kommt. Ah, ist gut. Dann kommt es nach unten. Ich bin glücklich. Ich leuchte grün. Ich bin nicht so glücklich. Ich aber... Puh. Ach so, dann musst du auch nach oben, oder? Nein. Ist also aus meiner Sicht wirklich nur Try and Error. Da scheint nicht wirklich ein System hinter zu stecken. Deaktiviert. Wenn die Sicherheit beeinträchtigt. Sicherheit wurde informiert. Ah, fuck. Wenn die Sicherheit beeinträchtigt wurde und es überhaupt die Möglichkeit dazu gibt. Wieso hat dieses ANTI überhaupt so ein Misskunst in der Stimme, wenn man das so sagen darf. So, und jetzt werde ich direkt begrüßt. Der hat wieder was an den Beinen. Den kann ich wieder nicht umschießen. Okay. Looks nice. Ich stelle mich erst mal nur dahin. Online, online, online. Gut. Die müssen jetzt auf Wiedersehen sein. Und wie könnte man es besser ausprobieren, als mit der neuen Waffe? Nee, das ist irgendwie... Das ist die neue Waffe. Du bist doch nicht schon tot. Okay, das ist interessant. Das macht ja richtig Spaß. Automatisierte Funktionen. Offline. Remix. Offline. Die Station wird aus der Fass manuell, manuell in die Bedienung zurückgesetzt. Remix. Anti. Offline. Du warst Anti. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang vielleicht nicht richtig mitbekommen hab und eh nicht zugehört hab. Aber... Es war Anti. Gegen alles. Ach, Flight. Was? Oh, du bist selbst nicht tot. Ellie, ich bin unterwegs zu den Reflektoren. Ich muss sie manuell ausrichten. Was macht Stross? Sehen Sie doch selbst. Nein. Nein, nicht wieder die Nadel. Sie müssen mich rauslassen. Ich kann nicht alles belassen. Stross, was ist los? Ellie. Was hat der für ein Problem? Licht. Da ist was. Der ist gerade was lang... ...gegangen. Ach, wir haben noch genug Munition bevor. Was? Nein. Hä? Hat sich das Vieh in mich reingebohrt oder was? Very mysterious. Heißt? Heißt das hier... Oh Gott. Was? Ach so, das war das Licht. Gut. 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 Diese komischen Viecher haben sich viel... ...viel, viel größer an. Mit diesem Magenknurren und so. Okay. Danger Hut. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da nicht durch könnte. Was weiß ich warum. Und ich merke grad, dass ich Zu wenig rede, dass zu viel in meinem eigenen Kleinen Kopf passiert Ich, oh Wow, Ninja-Skills Keine Ninja-Skills So, da gibt's mir nix mehr Und... was? Wo bist du? Ach, da Ich bin so schlecht Doch nicht, doch nicht Es geht ja doch Verdammt Ist da unten noch was, oder? Immer diese Einbildung Schlimme Sache Hab ich noch einen? Ja, ich hab noch einen Schön, dass der Textlog Inhalt des Raumes total willkürlich ist Persönliches Logbuch von Howard Phillips Aufzeichnung Nummer 497 Sie hassen mich Sie hassen mich alle Ich kann sie alle sehen Sie sind jetzt überall Hocken da Beobachten mich Selbst Antti Selbst Anti Sie warten einfach ab Bis der alte Howard Phillips Endgültig durchdreht Wie damals Als er die Vögel rausließ Gegen alle Codes und Regeln Verstieß Denen zeig ich's Wer hier verrückt ist Was es braucht Um hier rauszukommen Sie müssen hier noch kommen Was? Achso, sie müssen hier hochkommen Um All dieses Blut wegmachen Und was für Regeln Werden sie dann aufstellen Gegen die werde ich auch verstoßen Ich werde mich etwas hinlegen Was ist das? Ich werde die Vernichtung Über alles und jeden Herbringen Ich werde mich erstmal etwas hinlegen Ich fühle mich nicht so gut Toll What the fuck auch immer Schema Laserkanone Alles klar So, jetzt speichern wir eben Nochmal das Spielchen Und Irgendwie Weiß ich nicht Bräuchte ich gerade eigentlich So ein anderes Projekt Indem ich Wieder lerne Mehr in Let's Plays zu reden Weil das ist Gerade einfach Viel zu wenig Ja, okay So, aufmachen Ich war da gerade doch schon drauf Wieso gehe ich weg? Das ist auch richtig Wuhu DJ Funktioniert doch alles Top Ja, gut Wir kommen durch Weiter geht's Ihr blöden Säcke Wahrscheinlich soll man rechnen Dass hier irgendetwas passiert Und es wird wahrscheinlich nichts passieren Oder alles Das wird sein Und man verpflichtet